... oder was die... ... oder was die... ... ja, ne, ne... ... ja, ne, ne... ... ja, ja, ich soll es mal nur dazu... ... ja, ja, ich soll es mal nur dazu... ... ja, ne... ... das sind so wertschätzende Worte, die man sich erinnert hat... ... genau, ja, ich brauche noch... ... jetzt... ... jetzt reden sie aus... ... vielen Dank. ... Vielen Dank. 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 Danke. Ja. Danke. 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 Und ... 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 Frage war, wie wir dazu stehen, dass die, obwohl die Hausdurchsuchung nicht rechtens war, ob die die beschlagnahmten Unterlagen verwendet werden dürfen in einem etwaigen Strafverfahren. Ganz ehrlich, da halte ich mich als Politiker raus, das entscheiden Gerichte am Ende des Tages und nicht die Politik, was jetzt verwendet werden darf oder was nicht. Heikl ist wie die Daten natürlich bei der WKStA gelagert sind und wie es um die Sicherheit dieser Daten steht. Es ist ganz klar, dass jetzt ein Gericht entscheidet, wie damit umzugehen ist. Das ist rechtsstaatlich gesetzlich so vorgesehen. Die Frage ist nur, wie geht es diesen Daten? Wie ging es ihnen bisher und wie geht es ihnen jetzt? Das sind geheimste Daten, wo auch unsere Partnerdienste Sorge haben, wo und wie die bei der WKStA gesichert ist. Ich habe eine Anfrage gestellt, um zu schauen, wie es in der ganzen Chronologie um die Datensicherheit stand. Aber das ist ein ganz normaler, korrekter Rechtsweg, der jetzt gegangen wird, dass das Gericht entscheidet, wie mit diesem umgegangen wird. Die zweite Frage war, wie das jetzt mit den Akten aussieht. Ja, es sind eine Reihe von ergänzenden Akten gekommen, aber sicher noch nicht alle. Und es gibt ja noch das Verfahren vom Verfassungsgerichtshof, wo wir damit rechnen, dass das Mitte, Ende September hier einen Entscheid geben wird des Verfassungsgerichtshofs. Und wir gehen davon aus, dass alle Unterlagen zu liefern sind und dass dann noch viel mehr kommen wird. Es ist ein mühsamer Prozess, aber dieses Thema der Akten wird uns mehrere Wochen noch beschäftigen, auch in den Befragungen und im Nachlauf der Befragungen, weil wir ja durch die Befragung darauf kommen werden, welche Akten uns alle vorenthalten werden und die dann immer einzeln anfordern müssen. Das wird sehr mühsam, weil wir hier, vor allem was das Innenministerium betrifft, hier eine sehr, sehr ungewöhnliche Vorgangsweise haben, dass die uns einfach wirklich boykottieren. Und ich habe eine Anfrage gestellt zu den Dokumentationspflichten von Seiten auch der Sankolkuba, der als Beamter am liebsten auftritt und inwiefern hat er ihnen nachgekommen ist, bei dem Kontakt mit den Zeugen, bei diesen Vorbereitungsgesprächen, überall, wo er aktiv war und alle anderen, die in dieser Kausa aktiv waren, von Seiten des PMI. Und diese Anfragefragen werden wir auch teilweise in der Sondersitzung stellen, weil bekommen wir schneller die Antworten, wo unsere Akten geblieben sind oder ob es sie nicht gibt. Beides wäre wieder mal ein Skandal. Für wann erwarten Sie denn die Sondersitzung? Muss rechtlich in den nächsten 14 Tagen stattfinden. Wir hätten sie gern so früh wie möglich. Ja, bevor man die Frage, diesen Missbrauchsantrag, der wird eh von allen drei Fraktionen unterstützt, nämlich doch dann? Ja. Ich glaube, wir werden ihn auch gemeinsam einbringen. Die erste ist am kommenden Dienstag, das ist, glaube ich, der 4. September. Da geht es quasi los. Für alle, die es nicht mehr erwarten können. Das ist doch nicht möglich. Keine Fragen mehr gibt, dann danken wir. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke.